Zum heurigen Frühlingskonzert ladet die Musikkapelle St. Georg im Attergau recht herzlich ein. Am Samstag, 23. März um 20 Uhr erwartet sie in der Attergau-Halle ein fulminanter Konzertabend. Kapellmeister Günther Reisecker hat neben traditioneller Blasmusik auch solistische und moderne Werke sowie Gesangsnummern mit ins Programm genommen. Die Musikerinnen und Musiker freuen sich über ihren Besuch. Freiwillige Spenden.